Frau Conny. Hallo, Herr Emre. Ich habe den ganzen Tag und die ganze Nacht darüber nachgedacht. Dame auf D3. Wo ist der Zug? Warum weint denn die Arme? Ist das Ihre neue Mitarbeiterin? Das ist meine Frau. Ihre Frau? Haben Sie in der Türkei geheiratet? Das hat man gar nicht mitbekommen. Ich spare noch für ein großes Fest. Schön. Warum weint sie dann? Möchten Sie vielleicht Weinblätter oder Peperoni-Tapel im Angebot? Und es nicht mehr zu helfen. Danke.